Live auf Vinyl, hier bei uns im Studio bei One Love Radio auf Köln Campus. Wu hat letztes Jahr sein Debütalbum Directions released, war auf Tour und arbeitet fleißig an einer neuen EP. Gibt es einen Lieblingssong von dir persönlich von dem Album eigentlich? Gerade zur Zeit aktuell ist es der Moment of Silence Interlude und dazu haben wir auch in Kigali ein Musikvideo gedreht. Und das habe ich selber geschnitten. Das ist sozusagen mein Debüt auch als Cutter, als Editor. Und wir haben uns echt extrem viel Mühe gegeben. Shoutout an Filmyard Arts auf jeden Fall aus Cologne, hier Fire Jam. Den habe ich nämlich zufälligerweise in Kigali getroffen, der auch in Köln wohnt und der zu einem Konzert von mir gekommen ist, der halt Filmer ist. Ein sehr, sehr guter Filmer ist und mit dem dann eine Zusammenarbeit entstanden ist und wir gemeinsam dieses Video gedreht haben. Auch in Kooperation mit Ligana aus Kigali, der eine Drohne für mich geflogen ist. Und wir haben halt super geile Landschaftsaufnahmen und geile Performanceaufnahmen zusammengeschutet. Das Ding war halt auch, wir haben komplett konzeptlos gedreht. Wir haben einfach drauf los gedreht und ja, dann ist es halt entstanden. Aber ich bin halt mega zufrieden damit, weil es letztendlich trotzdem der Stimmung des Songs super gut gerecht wird. Moment of Silence. Moment of Silence. Du warst ja auf Tour und dabei hattest dich nach Ruanda ins weite Kigali verschlagen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ich wurde eingeladen von der wundervollen Shavu und genau, sie hat halt ihr Album released kurz bevor wir nach Kigali gegangen sind. Und ihr war es halt wichtig, das Album auch nochmal in Ruanda zu releasen und da ihre Tour zu spielen. Und sie hat uns eingeladen, sie dabei zu supporten, zu begleiten und die Shows mit ihr zusammen zu spielen. Und das Ding war halt, das Ganze wurde als wirklich hochoffizielles Ding aufgezogen. Also bei unserer Debütshow waren Vertreter von einer US-amerikanischen Botschaft, von einer deutschen Botschaft, von einer schwedischen Botschaft und haben da ihren Tisch bekommen und so weiter. Und es war halt so, ja, es war halt echt so eine internationale Kulturzusammenarbeit und so weiter. Also das war so ein bisschen das Motto, worunter das Ganze aufgezogen wurde. Es hat mega viel Spaß gemacht, es war unfassbar schön und ich bin super dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Also das war so, ja, es war halt so, ja, es war halt so, ja, es war halt so, ja. Also das war so, ja, es war halt so, ja, es war halt so, ja, es war halt so, ja. Dann aber auch so, ja. Das war so, ja, ist es war halt so, ja. Vielen Dank.